Moin, mein Name ist Jérôme Luling und heute sprechen wir ein bisschen über die Walfa Bischadich. Meine Informationen finden Sie auf der Internetseite bischadich.lu. Die Walfa Bischadich sind vom 10. bis den 19. November 2023. Samt das aus von 10 Uhr bis 19 Uhr ab und sonnt das aus von 10 Uhr bis 20 Uhr ab. An der Adresse ist die Sitte der Stadt Prinz-Henri zu Walfa. Was finden Sie hier, ob die Walfa Bischadich ist? Aber ja, wir schauen es mal an. Hier ist der Plan von der Hall Nummer 2. Und hier ist Jérôme Luling im Stand hier um Nummer 26. Vis-à-vis vom großen Stand von den Edition Schöpchen hier um 29. An der Gäse da hier um den Routier Luling Jérôme 26. An hier um die Edition Schöpchen hier um 29. Da sind auch ein paar Walfa von mir. Na ja, gucken wir uns und was von der Luling im Stand. Da sind wir hier auf der Internetseite ernster.lu. Aber wenn du hier ein Luling antippt, dann finden wir das Resultate. Der Lux-Dicot. Die Verben-Tabellen auf Lützebäuisch. Lux-DVD. Auf Russisch, Portugiesisch, Französisch und Englisch. Die Verben-Tabellen auf Lützebäuisch mit englischer Übersetzung. Die sind zusammen mit der Axiom Lützebäuisch entwickelt. 117 Schöpchen auf Lützebäuisch. Und das ist die Lux-DVD. Lux-DVD. Mein Leben als Frau in der Politik. Das ist das Buch von der Madame Astrid Luling. Springen auch ein paar Bischofen hier mit. Und dann Kreisvertretungen auf Lützebäuisch-Heft Nummer 1. Das ist die Internetseite von der Axiom Lützebäuisch. Aber der ist wirklich so die Verben-Tabellen auf Englische versetzt. Dann haben wir hier bei den Editions-Schöpchen von der Luling antippt. Da fanden wir auch eine ganze Reihe von Bischofen. Von meiner Großstattah. Von meiner Großstattah. Der Lux-Dicot. Zusammen mit der Schöne. Voilà. Das ist auch eine Ränke. Alles. An Umstand von den Editions-Schöpchen von der Ochtbücher von Herr Schänen. Lützebäuisch-Kramäisch. Wir sind da noch exemplärer Götte, die zusammen mit Madame Jacqui Zimmer entwickelt hat. Sie sind Lützebäuisch Sprüche-Rubriken an Savödieu-Koi. Wie ist das? Das in Ochtnäten Madame Jacqui Zimmer entwickelt hat. Leider wird den Herr Schänen also in September 2023 verlos. Und dann ist er nach der Internetseite ZATS.LU und da haben wir ein Concordanz-Tool. Und auch ein Spielchen mit Fehleranalyse an dieser Seite entwickelt von Softwareentwickler Emanuele Presti-Filippo. Wir haben es hoffentlich besonders noch mittels da. Und wir machen auch gerne eine Demonstration, wie das da funktioniert. Und ich schoen dem Herr Presti-Filippo für die linguistischen Aspekte geholt bei diesem ganz interessanten Projekt, wie ich finde. Aber ja, und dann haben wir nachher ein kleiner Appell. Also vom 18. bis 19. November sind ich nur mit das, ob die Wahl für Bücher dich. Ich meine das nicht mehr nicht. Ich sehe ganz viele andere Auteure und Editeure da an. Da fahren auch viele Occasierungsbücher. Also das läuft sich auf alle Fälle. Und das war es auch schon ist.